Borussia Mönchengladbach geht mit neuem Mut in die letzte Länderspielpause des Jahres. Und zwar nach einer beeindruckenden Serie von vier ungeschlagenen Bundesligaspielen. Trainer Gerardo Seohane sieht sich jedoch mit schwierigen Personalentscheidungen konfrontiert, die den Aufschwung des Teams beeinflussen könnten. Die Herausforderungen sind groß. Er muss entscheiden, ob Rückkehrer wie Jonas Omlin, Nico Elwedi und Luca Netz sofort wieder in die Startelf gehören oder ob ihre Ersatzspieler, die in den letzten Wochen starke Leistungen zeigten, weiterhin im Team bleiben. Die Leistung beim 0 zu 0 gegen RB Leipzig war bemerkenswert. Gladbach hatte die besseren Chancen und verließ Leipzig mit einem wichtigen Punkt. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Spielern wie Moritz Nikolas, der als Vertretung von Omlin glänzte, Marvin Friedrich, der Elwedi ersetzte, und dem jungen Lukas Ulrich, der sich in Netz Abwesenheit als verlässliche Option auf der linken Verteidigerposition erwies. Diese Spieler haben ihren Platz durch ihre jüngsten Leistungen mehr als verdient und könnten schwer aus der Startelf zu verdrängen sein. Seohane wird sich der Tatsache bewusst sein, dass eine Entscheidung gegen diese Spieler, die durch ihre Einsätze den Aufschwung des Teams mitgetragen haben, nicht einfach zu vermitteln ist, weder an die Fans noch innerhalb der Mannschaft. Gerade Nikolas hat durch seine Paraden und seine Ballkontrolle am Fuß überzeugt, sodass die Aussicht, ihn erneut auf die Bank zu setzen, für viele schwer verständlich wäre. Im Mittelfeld der Abwehr hat Marvin Friedrich ebenfalls seine Position gefestigt. In Leipzig spielte er eine Schlüsselrolle und sicherte die Abwehr mit entschlossenen Aktionen. Seohane könnte es schwerfallen, ihn für den routinierten Elwedi wieder zurück in die Reserve zu versetzen. Ebenso kämpferisch wird die Entscheidung um die Linksverteidigerposition. Ulrich, der Youngster, überzeugte durch seine dynamische Spielweise und machte bei seinem Einsatz große Fortschritte. Seohane hat selbst eingeräumt, dass Ulrich vielleicht noch nicht für 90 Minuten bereit sei. Dennoch setzte er ihn bis kurz vor Schluss ein. Die kommende Länderspielpause bietet nun Gelegenheit, über diese drei heiklen Entscheidungen gründlich nachzudenken. Sicherlich werden Omlin, Elwedi und Netz auch durch ihre Rückkehr den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams verschärfen. Never change a winning team – ein Spruch, der Seohane in den kommenden Wochen sicherlich beschäftigen wird. Ein solcher Wettbewerb um die Startplätze könnte die Mannschaft zu neuen Höchstleistungen anspornen und den Fohlen helfen, ihre Position in der Bundesliga weiter zu festigen. Nun sind die Fans gefragt. Sollte Seohane auf das Erfolgsteam der letzten Wochen setzen oder den Rückkehrern eine Chance geben? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.